Ahoi Leute da sind wir wieder so wir haben noch ein bisschen Platz aber wir brauchen die Autos nicht also rein theoretisch könnten wir sie holen aber müssen wir nicht ding ist ihr kennt mich lieber haben falls nicht ganz schnell ganz schnell bevor wir absaugen oh die Jacke ist schon mal gut so jetzt aber wirklich schnell ja nice jetzt haben wir schon ein bisschen mehr und wieder runter Moment vielleicht kriegen wir es ein bisschen kürzer ja dann nehmen wir den noch mit und dann holen wir uns Luft oh der hing flott was haben wir jetzt? 82 ja wir müssen noch ein bisschen was zerkloppen ein zwei Schränkchen hatten wir noch da und eine Couch glaube ich ne es nervt mich nicht ja komm 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 ja dann wie gesagt schauen wir uns nach einer Insel um ah was hier so war schon wieder fast den kriegen wir auch noch warten sogar noch zwei ne komm 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 Benni som discuss降 pattern 93 interessant Sind das echt 7%? Ja, die Couch. Stimmt. Ne, jetzt sieht es leer aus. Ah. Äh, so. 97. Irgendwas ist hier noch. Hmm. 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 Ja. vielleicht hier irgendwo drinnen wasser da unten bin ich mir eigentlich sicher dass wir alles haben hier haben wir auch alles ok komm den guck mal am Aura dunkel da hier ist nichts mehr und da unten ist noch irgendein Metall Was wahrscheinlich das Ding ist. Okay. So, dann ab nach Hause. Lang genug getrödelt. Wir haben bestimmt auch gleich wieder angegriffen. So, dann haben wir das Ding auch genommen. Und so. 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 Und so. Okay. So. 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 unterwegs schön natürlich kommen wir noch mehr natürlich einer ein einziger so dass man die reparatur kann den sollten auch hier okay ok nee was er wird so so ein gummi braun noch jetzt habe ich nicht so echt jetzt ach man ok haben wir nicht schreddern können wir da auch nichts für ok halt stopp also ja man muss natürlich auch lesen schön wir packen gleich da mit rein so lass uns mal gucken sagen wir mit dieser in also der fahrer zeichen bis dahin hat 16.30 Pfeile sollte auch reichen das ist das da Maschinenfabrike ok die kriegen wir auch so nee das war die ok was haben wir da das sieht aber ein bisschen gefährlicher aus glaube ich Raubkopien tschüss hey ja 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 dame nochmal kumiii ok one down die Puppe Blast den zählen wir uns auf jeden fall noch so schnell äh sind ja zwei ach komm jetzt nicht dein ernst ne die machen wir noch wir haben genug Energie so der ist natürlich wieder lustig so was mir so noch lieber wäre wäre so eine verdammte Couch aber wir haben keinen Platz mehr dafür naja ne 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 die geben wir diesmal wirklich auf ne ähm ähm hochklack kriegen wir das schon noch hin auf jeden Fall können wir unsere Klamotten reparieren ist das schließlich schon mal ein Vorteil da war schon immer so schnell die Ausdauer hier weg so lang ist noch gar nicht her oder so dann wollen wir jetzt nochmal Komponenten zwei Stück hier ö ö ö ö ö ö ö Weg. 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 Den können wir wahrscheinlich bonnet drauf machen. Ah. Hier. Merk ich doch. Ach. Nö. Das Reparatur machen wir hier. wieder ein so boot haben der brot haben gerend moderne teile warum ist das boot und den haben wir unser segelboot erheblich schneller eine struktur die für den anbau unterwasserpflanzen wie zum beispiel bestimmte algen verwendet wird auch interessant mission echt jetzt okay die sind wahrscheinlich gleich blieben naja wohl die war neu oder doch jeder haben gar keine das ist unsere handelsstation ok alter drei inseln wow kriegst du aber strahlen nur eine insel da ist mit dem denn nicht richtig so mutanten haben nur noch eine das wird spaßig ok jetzt machen wir erstmal leer jetzt wollen wir mit den setzen wir dran auf dem boot schön nein den scheiß habe ich euch nicht vergessen sonst haben wir ein problem gut gut okay fahren schön ist nicht mehr so tief unbekannte ruin kennen wir schon das dürfte unsere alte heimat sein die hier leider ein bisschen ungestaltet oder genau genau die grüne insel ja aber die dürfen Schusswaffen haben jo 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 ja jetzt regt euch mal ja ich glaube es wird nicht so leicht wie wir es hoffen ja ich glaube es wird nicht so leicht wie wir es ja ich glaube es wird nicht so leicht wie wir es ja wenn die radion sind es komplett umgestaltet Schaut so aus Nö Bis ins Leben Tschüss Ein Glasboden wäre toll Okay, was ist das denn? Also ich merke schon, wir brauchen auf jeden Fall ziemlich schnell ein paar Feuerwaffen Ja, ist klar Hm, goh Schieß mal, einfach auf mich schießen Keine Ahnung, wer da ist, aber einfach auf mich schießen Ah Ah, okay, auch in Knarre Achso, jetzt sind wir endlich mal ein paar Boote Also ein paar Boote mehr Ja, okay Oh, da sieht's gut aus Nee Ich dachte, das wäre aber ein scheiß großer Baum Sturmgeweite aus dem Posten Ja 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 Okay Okay, halten kostet keine Ausdauer Ja Ah Den nachschauen wir Au Ich meine Au Ich meine Au Wie kann er mir? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich klatsch noch nicht alle weg Puh Hier sahen ein bisschen spezieller aus Puh Wurz Aatmen Das ist schön Wurz Wurz Toll, noch so ein Schießtrieb. Drecklack! Die Knarre muss man ruhig geben können. Jo, gut, gehört uns. Alles uns. Mwahaha. Okay, haben wir schon. Haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir. Ja, die nehmen wir mal mit. Rest, nö. Ähm, Moment. Ach, hier. Ja. So. Ja. So ein krasser Loot ist jetzt aber auch nicht hier. Ich würde es also auch erstmal blau machen. Ja, es hat stumm geweihte Außenposten. Hm. Hm. Ja. 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 Ja, ja. Was haben wir denn hier? Schönes drin? Oh ja, die da muss sein. Wir alle drei haben. Tschüss. Tschüss. Ey, Moment. Ich habe doch ein Boot. So, der Ding ist voll. Der Ding ist voll. Oh. Okay. Es wird schon wieder dunkel. Ne, Moment. Nicht, haben wir auch Licht. Warum benutzen wir es nicht? Oh, das geht nicht mehr. Oh, wie doof. Entschlagen wir uns hier mal durch. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Kopf. Wir wollten irgendwie eine bessere Achse mal gucken. Technisch können wir die ja jetzt machen. Wir haben ja diese eine jetzt. Und wenn die auch Abholz-Skill hat. Also genau den Abholzwert. Okay. Na toll. Ich vermisse meine Kettensäge. Selbst wenn wir die hätten, würde die uns nicht viel bringen. Weil wir bräuchten ja auch die Batterie. Wir bräuchten ja auch Strom und deswegen wieder Solaren. Ach, die Sau ist doch. Jupp. Hier haben wir nichts. Hier haben wir schon. Hier haben wir noch. Oh, neue Hose. Toll. Leder, Leute. Leder. Ihr wisst, was das heißt. Besserer Rucksack. Wuhu. Okay. Geh mal ganz kurz weg. Äh. Ach komm. Dein Ernst. Dein Scheiß Ernst jetzt? Ach, scheiße. Wie haben wir hier noch Bier mit? Mist. Wie haben wir noch einen? Haben wir noch mehr gehabt? Ne, okay. Okay. Okay, das achtet ja gerade richtig hier aus. Warte, kommen die fünf Minuten, die kannst du hier noch überziehen. Oh, da sind noch ein bisschen mehr. Oh. Komm bitte. Bitte. Ey, ich muss das jetzt echt eine Stopp Couch sein. Toll. Toll. So. 96. Etwas fehlt hier noch. Wohinett. Gut, oder? Dann hätten wir das. Das nächste hier, Robert. YP. Ja. Dann heißt es ab nach Haus. Und zu Hause, wenn wir dann erstmal. Richtig geil. Einen Rucksack bauen. So, aber das ist natürlich erst morgen. Das heißt, schaltet morgen wieder ein. Und dann, ja, gucken wir weiter. Die Woche dringend auf jeden Fall noch ein Zuhause. Bis jetzt haben wir nicht so wirklich neutrales Zeug gefunden. Im schlimmsten Fall machen wir es wie, äh, Romy. Im Baumweinbauwasser. Wollte ich eigentlich jetzt mal nicht machen. Weil ich habe es auf jeden Fall im, ähm, also mein Spiel, äh, Spielstand damals gemacht. Hm. Fand ich jetzt nicht so. Ich mag es halt mit der Natur, ne. Aber naja. Wir werden uns auf jeden Fall sehen, was wir denn finden. Und dann werden wir uns schon irgendwie einig, wie wir es hinkriegen. Also, Leute. Macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Tschü tschü. 大家 so. Tschü tsch. Shink. ... Untertitelung des ZDF, 2020